Der Sohn von meiner Schwägerin hat neulich geheiratet. Neulich. Der Sohn von meiner Schwägerin hat neulich geheiratet. Neulich. Meine Eltern haben das bravste Kind. Bravste. Bravste. Mein Schwager hat die bravsten Kinder. Bravsten. Bravste. 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 Die Kinder und ihre Eltern können Ballett tanzen. Ballett Meine Eltern loben meine Geschwister zu oft. Loben Oft Meine Schwägerin denkt, ihre Tochter wird Profisportlerin. Profisportlerin Profisportlerin Lob die Kinder nicht, wenn sie frech sind. Lob Frisch Sie sind frisch. Mein Schwager ist sehr sportlich und ist Profisportler. Sein Sohn mag Fußball und will Profisportler werden. Sein Sohn mag Fußball und will Profisportler werden. Sein Sohn mag Fußball und will Profisportler werden. Die Tochter von meiner Schwägerin tanzgern Ballett. Gut. Kette Wirklich Neulich Rechnung Lisas Kinder tanzen im Wohnzimmerballett. Mein Neffe will zu Weihnachten zum Ballett gehen. Ich habe die bravsten Haustiere, aber die Kinder sind wild. Sein Papa ist Profisportler und seine Mama ist Ärztin. Der Sohn von meiner Schwägerin hat neulich geheiratet. Meine Schwägerin denkt, ihre Tochter wird Profisportlerin. Das ist die Stimme, die erste und zehn Jahre. Das ist die Stimme, die sie für die Zähne ist. Die Stimme gibt es disappeared. Die Stimme ist ab und ist die Waffe zu verändern. Aber das ist die Stimme, die erste Spirulung erhert. Sie sind reaktiviert. Und da ist die Stimme. Da ist die Stimme. Vielen Dank. Hast du die Birnentorte schon probiert? Birnentorte. Birnentorte. Wann feiern deine Großeltern ihre goldene Hochzeit? Was ist das Geschenk für eine goldene Hochzeit? Muss das Geschenk für eine goldene Hochzeit aus Gold sein? Goldene Hochzeit Aus Gold sein Ich backe einen Birnenkuchen für Sie. Birnenkuchen Dekorier das Zimmer mit diesen 50 Luftballons. Dekorier 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 Mein Bruder und sein Mann sind seit einem Tag verheiratet 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 Der Baum mit Birnen im Garten war ein Geschenk. Birnen Birnen Wir planen eine Party im Altersheim Altersheim Die Kinder wollen für die Party den Garten dekorieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dekorieren Findet die Party im Altersheim statt? Wir holen sie aus dem Altersheim ab. Aus Wir können in 49 Jahren unsere goldene Hochzeit feiern. Goldene Die goldene Hochzeit von meinen Schwiegereltern ist morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hochzeit von Morgen ist Schwiegereltern Meine Schwiegereltern sind seit 50 Jahren verheiratet. Die Goldene Hochzeit von meinen Schwiegereltern ist Morgen Meine Schwiegereltern haben viele Freunde im Altersheim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schwiegereltern